Hallihallo meine lieben Mitzhocker und Mitzhockerinnen und herzlich willkommen auf Server-Aquarium-Skies-Zipfelkin. Schwamm. Schwamm? Ja. Schwamm drüber. Eine herrliche Anmod. Geil. Ihr habt alles verstanden, wenn nicht, dann müsst ihr es leider noch mal gucken. Verwirr die Leute doch nicht. Whitelist. So, jetzt sollte das hier auch funktionieren. Die Mutzi ist wieder fleißig am Schlafen. Schön. Nein, so soll das nicht funktionieren. Stop. Halt. Oh, was haben wir da? Ah, geil. Sulfurore. Kann ich nicht ablesen. Äh, ablesen. Abbauen. Ich brauche Monylium-Axt. Kannst du mal ganz kurz an den Nether kommen? Oh, Alter. Jetzt ernsthaft? Nur ganz kurz. Ich brauche deine tolle Axt. Deine tolle Pick-Axt. Ich bin gerade hier noch am konfigurieren. Ich komme gleich. Sonst hole ich mir deine Pick-Axt. Was hältst du davon? Die habe ich in meiner Hand. Okay. Die wirst du auch nicht aus meinen kalten, toten Händen bekommen. Ich glaube schon. Aus deinen kalten, toten Händen würde ich sie bekommen. Die dürfen auch gerne noch warm sein. Nein. Entweder oder. Lass mich noch gerade hier fertig konfigurieren. Wo bist du? Direkt beim Eingang? Ja. Ich habe hier ein bisschen was freigebuddelt und da war ein Sulfurore gefunden. Mhm. Ich halte das für ein Gerücht des Mobs spawnen, wenn man Netherrack abbaut. Hm, ich weiß es nicht. Also angeblich soll es aber so sein. Diese, wie heißen sie? Hellfish? So wie, ähm, genauso wie Silber. Ah, okay. You're right. Ernsthaft? Ist nur ein kleiner, den machen wir gleich fertig. Puh. Was ist denn überhaupt? Ach, da hinten ist er. Ah, die tun auch nicht so weh. Das ist halb so schlimm. Naja, also ich hatte auf jeden Fall schon mal eine auf dem Gewissen. Ja, weil ich mich erschrocken habe. Oh ja, ladidah. Ja, ist doch. So, das ist an. Das ist an. Dann können wir das hier auch nochmal gerade anschmeißen. Zack. Zack. Sollte das hier doch eigentlich funktionieren. Ja. Piss dich. Ey, wo piss dich? Alter. Wo ist das? Die können sich beamen, die Säcke. Wieso kann ich nichts? Ach, weil ich satt bin. Deswegen kann ich nichts essen. Jetzt Esel, geh doch mal wieder durch, bitte. Ey, da ist so ein cooles Esel. Warum können Tiere in den Nether, aber nicht aus den Nether heraus? Du fragst mich so. Das haben wir schon immer gefragt. Ich bin nämlich mal in den Nether geritten und dann ist mein Pferd aber nicht mehr zurückgekommen. Vielleicht hast du es einfach zu schlecht behandelt. Meinst du? Ich glaube nicht. Die Vieche ist auch weg. Also diese kleinen Blutfische, da brauchen wir sich keine Sorgen drum machen. Was? Blutfische? Oder wie heißen die? Ich weiß es gar nicht. Hellfisch? Hellfisch, okay. Kein Problem. Wie sollen denn sonst die Viecher aus der Hölle heißen, die aussehen wie Silberfische? Hellsilberfische? Ah, okay. Aber Hellsilber gibt es nicht. Nee. Ein helles Silber? Gibt es nicht. Es gibt aber auch dunkles Silber. Gibt es nicht. Nein? Oh, Gold. Nee, Ferraria Refs. Oh, das bräuchte ich auch. Das müsstest du auch ab... Oh, das kann ich abbauen. Oh, ich glaube ich gehe jetzt öfter in den Nether. Ja, mach du. So, ich komme mal zu dir, wenn das okay ist. Oder passt mich nicht mehr. Doch. Ah, was bist du denn für einer? Schon wieder so ein kleiner. Ich bin noch gar nicht da. Vielleicht zwei von der Sorte. Ich muss noch gerade meinen Jetpack aufladen, dann komme ich. Sicher ist sicher. Ähm, warte kurz. Wenn du reingehst, hab ein Messer in der Hand. Warum? Hellfische? Warum sind die in der Eingangshalle? Da soll man normalerweise gar nicht reinkommen. Da ist eine Treppe. Du weißt doch. Warum ist da eine Treppe? Fuck, nein. Nein. Kann ich durch Vergiftung sterben in Agrarian Skies? Nein, kann ich nicht. Gott sei Dank. Natürlich. Du kannst schon. Nee, man stirbt in Vergiftung nicht. Sonst wäre ich jetzt tot. Ach so, stimmt. Das geht ja immer nur bis auf eins runter. Ich muss die Sachen wegpacken, die wichtigen. Warte, ich komme gleich mit. So, was brauchst du? Sulfur? Soll ich gehen? Ja. Und da ist auch noch Ferraris Awe. Das müssten wir auch noch mitnehmen. Also Sulfur könnte ich mir jetzt auch in das Nether-Rack machen. Wo ist denn das Mistvieh? Ist das gerade durchs Portal? Pass auf. Es könnte sein, dass es... Ach, hier sind ja richtig viele davon. Sehr schön. Was? Auf einmal sind da richtig viele. Hör auf. Wo sind da unsere ganzen Pfeile? Keine Ahnung. Ich meine, erstmal wieder die Treppe weg. Die Brainiac und die Mutzi hier wieder erstellt haben. Da, Pfeile. Ganzes Steak voll. Okay. Irgendwas in die Luft geflogen und ich habe noch nicht mehr gesehen, was. Das ist doch immer gut. Ich habe jetzt zumindest mal einen Pfeil und Bogen. Nein, sind die Viecher jetzt weg. Ich komme mal hinterher. Hm. Ich höre noch welche. Einer ist noch da. Hey. Oh. Na, komm doch ein bisschen näher. Ach, der kommt nicht mehr wieder. Ich zeige dir das Erd. Klar, der ist doch hier. Ist er kaputt? Oh, noch mehr. Sulfur. Ist bei mir. Alter, hier laufen drei Stück da. Ja, vier Stück davon rum, ne? Ja, komm. Wir hauen erstmal wieder. Ah, das Treppchen ist weg. Ich brauche doch das Treppchen. Hier. Hier. Es ist kein Treppchen von Nöten hier. Muss ich dir das jetzt auch noch erklären. Oh, leck mich amoka. Wo sind die denn? Na da. Hier. Oh, sehr schön. Alles ist dunkel. Im Dunkeln ist gut funkeln. Wer hat denn... Alter, wie viele sind denn hier? Lass uns abhauen. Ich glaube, wir haben ein bisschen um Spinnenweben rum, ne? Ah, toll. Und da kommt direkt ein neues Spinnenwebe. Alter. Äh, wir müssen ganz scheiße. Guck mal hinter dich. Ich seh's. Ich seh's. Ich bin auf dem Weg nach draußen. Die aber auch. Und ich bin tot. Nein, echt? Ich glaube, ich glaube, ich auch gleich. Ich auch gleich. Die verfolgen mich. Ja. Und ich auch. Sehr schön. War eine super Idee. Kinsey, muss ich ja zugeben. Wo kamen die denn auf einmal alle her? Vermehrten sie sich? In's Dunkel wird spawnen die. Da war nichts dunkel. Ja, aber jetzt haben wir halt nur noch 81 Leben. Hoffentlich fressen die keine Items. Ich, äh, hole schon auf jeden Fall direkt nochmal. Äh, nein, 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 nein. Komm weg da, komm weg da. Die sind doch natürlich durch die Tür gekommen. Yo. Okay, that's it. Ja, ein bisschen Action hier, hä? Ja, ich will auf jeden Fall mein Zeug hier wieder haben, ey. Ja, klar. Ah, Kinsey, ey. Jedes Mal, wenn du so unüberlegte Kacke machst, ey, muss ich mit dran glauben. Vielleicht kriegen wir ein paar Ender-Lily-Suits. Puh, Alter. Du kleine Drecksau. Warum hilft eigentlich der scheiß Donkey uns nicht? Wer ist Donkey? Oh, der Esel. Ach, der Esel. Okay. Hey. Brauchst du essen? Nö. Wenn man die ganze Zeit stirbt, hat man voll Hunger. Ja, stimmt. Bist du gestorben? Ne, war schon dreimal. Ach, hör auf. Nö. Ist so. Woher habe ich denn jetzt ein Invas-Sword? Das muss ja getraubt sein. Warte mal, das hat Smyte3 drauf. Das nehme ich. Was ist der Rest meiner Rüstung? Oh nein, ich bin natürlich neben einem Kaktus gestorben. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Meine Sachen sind alle runtergefallen. Ja, supi. Hast du auch kein Jetpack mehr? Nop. Scheiße. Oh, was? Die sind erst heftig, wenn die zu mehreren Leuten angreifen, die Viecher. Mhm. Scheiße. Okay, da ist meine Hose. Mal springen wir einfach mal runter. Gucken, was klappt. Es klappt ja irgendwas. Uh, da ist einer, da ist einer. Da sind noch einer. Ich muss da schnell durchhuschen, damit ich wenigstens meine Sachen eins haben. Hauptsache, die sind nicht in die Luft geflogen jetzt. Was war das? Was war das? Fuck, schon wieder tot. Hä? Warst du das? Was war ich? Was du mich da war? Ich bin leider an dir vorbeigelaufen. Ich bin leider an dir vorbeigelaufen. Hier, hallo, hier laufen helflichs rum? Nee, da war keiner mehr, glaube ich. Ja genau, hier sind ja keiner. Nee, hier nicht. Da vorne beim Portal in der Nähe, ja. Du warst doch gerade in der Nähe vom Portal. Na, ich war schon wieder zu Hause. Ah, was? Das ist ein... ...Helfisch-Boss oder so. Hier sind nur Hellfisch-Bosse. Im Nether gibt's fast nur Bosse. Das hab ich dir doch gerade eben gesagt. Na, jetzt mal hab ich einen kleinen Hellfisch gesehen. ...Klattgemacht. Als ich im Nether war. Na, wo seid ihr, ihr kleinen Bastarde? Kommst du her? Das ist ein verdammter Boss, ja. Den sie. Hier sind mehrere Bosse. Nein, das ist nur der eine. Das kommt dir nur so vor. Ja, ja. Das ist wirklich nur der eine. Die anderen sind schon alle tot. Auf unserer Insel? Ja. Ach so, im Portal. Ja, ich rede vom Nether. Im Portal sind noch viel mehr, oder was? Jo. Dann sollte einer mit Dynamit reingehen. Wo ist er denn jetzt? Ist er jetzt gestorben? Ist er kaputt? Nee, kann nicht mehr lange dauern. Bist du im Nether jetzt, oder wie? Ja. Alter. Was war das? Ich repariere erstmal die Insel. Warum muss die Insel repariert werden? Irgendeiner der Mobs hat Steine zerstört. Okay. Oh, ich... Was ist das? Ach, das ist das Ferrero's Ore. Das ist Ferrero's Ore. Ferrero's. So, Netherfarrero's Ore. Ups. Netherrex im System. Steine habe ich doch dabei jetzt. Ja, habe ich dabei. Sehr schön. Was? Wo kam denn jetzt der Creeper her? Oh, leck. Weißt du, was hier drinnen ist? Hä? Ein, äh... Zombie-Pigman-Miniatur-Ausgabe. Nein! Oh, wie mies. Ich hasse diese kleinen Wister. Sind hier noch welche von den Kackfiechern? Hm? Äh, hier draußen nicht, ne? Komischerweise nicht. Also ich... Scheinbar habe ich den Boss hier gekillt. Ich habe nichts gedroppt. Ach, scheiße, die Kühe. Na komm. Zumindest eine Kuh muss wieder rein. Eine Mucku. Nein. Ja, Quatsch. Zum Beispiel da. Glück. So, Stress ist erstmal vorbei. Oh, ja, ja, fast. Hast du eigentlich deine Sachen auf dem Nether wieder? Ähm... Ja, was hatte ich denn großartig? Ich habe meine Sachen eigentlich größtenteils alle wieder, ja. Bis auf die Rüstung halt. Weil im Moment... ...ist... ...nur... ...einer da. Okay, ich guck mal rein. Wo ist mein Schwert? Der scheint sogar... ...un Boss. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sehen. Da ist mein Schwert. Ja, ich habe keine Waffen dabei. Das ist ein Boss. Ich habe einen Zeit drin gelassen. Ist ein Boss. Ist auch schon wieder ein Boss, ja. Aber der ist jetzt scheinbar weg. Okay. Also, ich bräuchte das hier. Ja, ich habe jetzt nichts mehr dabei. Keine Spitzhacke mehr, ne? Nee. Scheiße. Ah, du blöder Hellfisch-Kack-Beutel. Na gut. Scheiß drauf. Ich kriege auch anders vor. Okay. Verschwinde mal aus dem Nether. Ich habe nämlich jetzt alles wieder. Ach ja, da ist ja auch deine Manilium-Pick-Axt. Kann ich mir die kurz ausleihen? Für den Nether? Nee. Die ist danach weg. Geht ganz schnell. Ach, scheiße. Jetzt hat er sie schon. Blau. Don't think about that shit. Guck dir mal bitte die Verzierungen ums Nether-Portal an. Ja? Wieso? Guckst du dir mal an. Ich bin auch schon wieder ganz woanders. Warte, ich komme wieder. Ach so, hast du jetzt deine Köpfe dahin gepackt, oder was? Das sind genau die vier Leben, die ich hier gelassen habe. Gerade in dieser Folge. Ach so. Ey, das sieht cool aus. Wirklich? Hat was. Naja. Wer hätte nichts dagegen gehabt, wenn ich nicht so oft gestorben wäre? Muss ich einfach sagen, wie es ist. Ja, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Ja, stimmt. Wenn man mit Kinsey zusammen spielt. Oh, du kleine Drecksau. Komm, du mir doch mal an. Aber nur eine kleine. Übrigens, so ganz groß ist er wirklich nicht. Ey, ich habe tatsächlich eine Ender-Lily dabei. Oh. Jetzt haut er mich. Ich will verraten hier Real-Life-Facts. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So. Golden Bag of Holding. Wieder neu. Ey, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich einfach gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ja, wir haben eine Ender-Lily bekommen. Wir haben aber eine Ender-Lily bekommen. Gay. Es ist schon mal nicht schlecht. Aber sonst haben wir nur Kacke bekommen. Und hier Ferraris-Or habe ich bekommen. Das ist nicht zu verachten. Ne? Mann, 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 Mann. War hier nicht auch noch was drin? Limestone, Tin-Or, Pulver-Rized-Iron. Loser und Lust. Äh, wer weiß, Nickel-Planina. Warte mal, das kommt doch auch beim 7 aus. Ferraris-Or, oder nicht? Mhm. Nickel, da ist es doch. Bauxit-Or, Cinnabar, Emerald-Or. Oh, wir haben Emerald-Or bekommen. Nice. Nein, Nickel ist kein Ferraris-Or. Was ist ein Bauxit-Or? Was kann man? Kreide machen. Okay. Und Aluminium. Und Clay. Okay. Noch mehr Aluminium. Was haben wir sonst noch? Appetite. Haben wir kein ferröses Metall? Weiß nicht. Wenn du da keins findest, wahrscheinlich. Das heißt doch auf Deutsch genauso, oder nicht? Oder was? Nee, ist das nicht sogar wirklich Nickel? Nee. Oder? Da kommen wir mit Broken Nickel-Or raus. Müsste, weiß ich nicht. Ach, ich recherchere, dass es beim nächsten Mal. Gucken, ob das hierhin geklappt hat. Jetzt wird gleich erst mal gegessen. Bitte? Mhm. Ich habe Hunger. Aber gut geklappt. Nimm ich gar nicht. Energisiert Lohsturm. Kann man da auch nach oben drin schwimmen? Müsste eigentlich theoretisch gehen. Back to the... U-Z-Pack. Back to the roots. Ich brauche keine Wurzeln. Ich mag kein Ingerach. Doch, ich mag Ginger-E. Ginger-E. L. Gerade gedacht, meine zusätzlichen Herzkanister wären weg, aber... Irgendwie habe ich sie doch noch. Ach ja, ich weiß wieder, was ich wollte. Netherwreck. Bisschen was durchsieben. Äh, durchsieben nicht, durchcrushen. Müsste ich auch an mein Sulphur kommen. Äh, ja. So, wir müssen aber jetzt auch wieder hier Ende Gelände machen. Nach dieser nervenaufreibenden Aktion. Und du wolltest in die Netterfeste, ne? Jo. Okay, vielleicht sollten wir uns doch erst... Ja, ich bin kuriert. Wir sollten uns erst eine Taumami-Umrüstung machen und die verzaubern und verbessern und tunen und bis wir über Minecraft-Charaktere sind. Ne? Oder nicht? Ja, das wäre hier vielleicht eine Idee. Vor allem könnte ich wetten, dass es in dieser Scheiß-Festung überhaupt nichts Vanierliches gibt. Meinst du? Ja, ich glaube, da gibt es nur Crab. Da gibt es Blaze. Blaze Crab? Blaze. Blaze Rod. Jawohl, können wir uns auch so umholen. Ja, stimmt. Naja, egal. Aber mal einen Ausflug machen. Ja. Vielleicht nächstes Mal nicht gerade so gefährlich. Wohin sollen wir denn sonst? Keine Ahnung. Komax-Insel ist geplündert. Äh, äh, äh. Weiß nicht, bei Brainiac und Schneckball gibt es da was zu holen? Was ist das? Wir könnten sie wieder töten. Die Bäume wachsen in meinen Scheiß-Turm. Ich hab denen doch gesagt, die sollen das nicht. Hm. Naja. Macht's gut, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.